Ach super, jetzt schneit das auch noch weiter. Das ist doch herrlich. Das ist ja ein Traum. Der Maikentusch. Ernsthaft. Was für ein beschissener Tagesanfang. Zum Glück ist unter dem Schnee nichts vereist. Aber es ist nicht wirklich lustig, wenn ich mal ehrlich bin. Und jetzt warte ich darauf, dass ich hier die Scheibe mal so ein bisschen besser hinbekomme. Aber irgendwie wird wohl nicht besser. Oder ist das von innen? Ach wie schön, das ist auch noch von innen. Das macht ja Spaß. Wie kriege ich das denn jetzt weg? Ich hasse mein Leben. So, jetzt könnt ihr live dabei sein, wie ich mich durch das Schneekorps arbeite. Auf dem Weg dahin wahrscheinlich sterbe. Ach super, jetzt schneit das auch noch weiter. Das ist doch herrlich. Das ist ja ein Traum. Ich sehe nichts und ich habe direkt vor meiner Scheibe einen Schneehaufen gebaut. Wie schön, dass der Schnee weiß ist. Und die Straßenmarkierung auch. So, nachdem ich nun ja jetzt den ersten Arbeitstag mal wieder hinter mich gebracht habe. Und mir aufgefallen ist, wie sehr mir das eigentlich auf den Sack geht, dass ich schon wieder Haare kriege, dann muss ich mir jetzt erstmal die Birne rasieren. Danach muss ich nochmal zur Bank zwei Überweisungen tätigen, meine Babyschlangen füttern, was essen. Und dann war es das für heute auch schon wieder. Ich fange jetzt auf jeden Fall erstmal an, mir die Birne zu rasieren. Ich fange jetzt auf jeden Fall an, mir die Birne zu rasieren. Auf dem Weg zu dem ganzen Krams hier zur Bank und zur Post, zum Einkaufen, habe ich jetzt nicht gevloggt, weil die Straßen ganz schön glatt waren. Und ich befürchtete sonst, mit der Kamera meine letzten Sekunden meines Lebens aufzunehmen oder meine letzten Minuten. Deswegen bin ich nicht dazu gekommen und habe mir lieber gedacht, ich versuche zu überleben. Ich werde mir mal wieder eine Tiefkühlpizza reinknallen, weil es auf die Schnelle das Beste war, so was ich gefunden habe. Ich habe nach Lasagne gesucht, war aber zu dumm, sie zu finden. Wenn ich gleich fertig bin mit Essen, kriegen meine Babyschlangen Mäuse und dann schneide ich mein Video und lade es hoch. Bevor ich es vergesse, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen geben. Mein Kanal abonnieren ist für euch völlig kostenlos. Ich freue mich über Kommentare und aufs nächste Video. Jetzt ab. Neuro.